Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von German Pussy Gaming mit Firefighting Squad. Heute wieder mit Lukas. Hallo. Und mit mir, dem Max. Schauen wir mal, was uns heute für einen Einsatz erwartet. Er heißt mit Leitern hoch hinaus und wir haben zum ersten Mal unser neues Auto. Die Drehleiter. Rosenbauer. Oh ja. Qualitätsauto. Schauen wir mal, was da so auf uns zukommt. Was habt ihr denn so für Autos in der Feuerwehr? Also von der Marke her meine ich. Also wir jetzt. Ja. Wir haben Empel. Was? Empel. Empel. Ach, Empel. Ich glaube, wir haben einen Rosenbauer-Aufbau. Ne, wir leider nicht. Rosenbauer wäre besser gewesen. Ja. Mittlerweile Rosenbauer war früher schlechter. Jetzt haben sie es aber echt gemacht. Wenn ihr zuschaut und auch bei der Feuerwehr seid, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr für Aufbauten habt. Geil. Ja, dann. Jetzt fahren wir mit zwei Drehleiter dann dahin. Was für ein Schwachsinn. Also in der Rauchsäule sehen wir noch nicht. Ja, Standbild immer wieder mal. Ja, bei mir hängt es gar auf. Ja, man merkt schon. Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Man merkt schon, das Spiel ist noch nicht fehlerfrei. Ja. Jetzt haben wir mal den Lucas beim Fahren zu. Sehr konzentriert. Es gibt auch ein cooles Feuerwehrspiel, was richtig realistisch ist. Also auch mit Wachzeiten und so. Wo du auch wirklich ausruhen kannst, was für eine Einheit du mitfährst und was du bist. Aber ich glaube, das geht nicht Multiplayer. Das ist natürlich blöd dran. Wow. Alles unter Kontrolle. Also von hier drin hat man das alles jetzt echt krass. Bin ich drauf gefahren. Nee. Aber du rammst gleich das Auto. Ah, klipphaft. Alles unter Kontrolle. Ich werde doch besser, Max. Nach zweieinhalb Kilometer. Es wird ja auch Zeit, dass du langsam mal das Fahren lernst. Guck. Ja. Muss ich nur auf diese schwammige Dings da einstellen. Also beim nächsten Mal, wenn wir das Spiel spielen, starte ich mal die Lobby und dann schauen wir mal, ob ich das auch kann. Oh. Besser als du bestimmt. Jetzt blockiert er einfach die ganze Straße. Das sehen wir ja dann. Ja, das sehen wir dann. Du musst es einfach ausholen. Kann er denn dann? Brottel. Vielleicht hat er einen zweiten Einsatz. Achso. Tschüss. Gleich ein Verkehrsunfall. Meinst du, der muss umdrehen? Weg. Weg. Wow. Weg. Der Brand scheint sich auf den oberen Stock zu beschränken. Ist nicht weggefahren. Deswegen musste ich rammeln. Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch... Das ist so bei euch in der Feuerwehr. Doch, doch, immer. Also. Mindestens zehn Autos sind danach immer Schrott. Wenn wir zum Einsatz fahren. Ja, klar. Das hat alles die K.O.V.B., oder? Ja, ja, klar. Und die Gmoor. Die Gmoor. Zollt aus. Ah, ist da ja gut rumgelenkt jetzt diesmal. Ja, du musst früh genug aufhören zu lenken. Wenn du denkst, gleich will ich aufhören, musst du schon aufhören. Okay. Aber es sieht sehr professionell aus, wenn du da in deinem Sitz sitzt. Du bist sogar nicht angeschnallt. Doch, du bist angeschnallt. Bist du angeschnallt? Weiß ich nicht, sieht man nicht. Also, wenn es realistisch wäre, dann nicht... Also, ich bin nicht angeschnallt. Mein Gurt ist hier neben mir. Ah, ja. Ja, der Gruppenführer braucht sowas nicht. Der hat automatisch... Der ist automatisch... Ah, Briefkasten! Was ist da ein Briefkasten? Also, bei mir bist du voll gegen den Briefkasten gefahren. Ah, jetzt habe ich das Geräusch ausgehört vom Briefkasten. Bei mir waren nämlich lauter Freifelder-Krattlings und rechts. Und jetzt sind gerade die Häuser erst gekommen. Achso. Die Bewohner sind aber wirklich im Inneren eingesperrt. Also, Person in Gefahr! Search and Rescue. Wir können auch ruhig... Wow! Da kommt eine Joggerin, die sich nicht für uns interessiert. Geh weg! Jetzt hast du sie zusammengefahren. Oh. Du bist aber wieder auf die Straße gespawnt. Ja. Also, Zivilbevölkerung kann anscheinend nicht zu Schaden kommen. Ich würde vorschlagen, dass, wenn wir die Opfer gefunden haben, dass wir die von unseren Typen da raustragen lassen. Können wir machen. Ich würde sagen, du stellst die Leiter auf und ich gehe schon mal irgendwie rein. Ja. Vollgas! Diese Steuerung, ey. Wieder vier Minuten. Die ist echt konfiziert. Aber ich sehe nichts rauchen. Komisch. Die müssen innerhalb von elf Minuten da sein. Das ist doch. Zwölf Minuten. Hilfsfrist. Aber Feuerwehr, weiß ich gar nicht, ob die auch zwölf Minuten hat. Das sind immer dieselben Gestalten, die hier rumlaufen. Also, wenn ihr wisst, wie lange die Hilfsfrist von der Feuerwehr ist, schreibt es bitte gerne in die Kommentare, dass ihr was lernen. Sag mal, ist das ein Fehlalarm? Was? Ja, da brennt ja nichts. Ich glaube, das ist ein Fehlalarm. Hat das schön leid dann. Doch, jetzt brennt es. Ah, da brennt es, ja. Passt schon. Passt schon. Absitzen! Ja, ich kann ja nicht bremsen. Das ist echt kompliziert. Oh, jetzt wird es aber noch mehr hier. Okay, ich hole mir gleich mal einen Schlauch. Oder ein Brecheisen. Lieber ein Brecheisen, oder? Ich weiß nicht. Mir steht immer noch, du kannst das Fahrzeug nicht verlassen. Echt? Ja. Nehmen wir mal eine Axt. Feuerwehr, Feuerwehr. Hey, hier läuft Zivilbevölkerung rum. Was machst du hier? Oh, ich geh mal hin. So Stützen ausfahren. Stützen ausfahren. Ich bin auf. Also ich bin drin. Oh, ganz schön verraucht hier. Oh, Maxi, steuere die Leiter. Feuerwehr, ist da irgendjemand in hier? Ach, das ist gar keine Leiter, zu der man hochgehen kann. Das ist eine Leiter mit Strahlrohr-Besteuerung. Arm bewegen, Arm ausfahren. Oh, jetzt habe ich eh getrunken. Oh, hier ist ein Kinderzimmer. Kein Baby da. Kinder auch nicht. Okay, also bis jetzt habe ich niemanden gefunden. Ah, hier liegt jemand. Ja. Opfer ist bewusstlos. Ganz einfach auf das Opfer draufstehen und dann zwei drücken. Ach so. Ja, warte, jetzt bringe ich es. Jetzt habe ich schon drauf. Okay. Was? Jetzt, warte mal, jetzt kann ich es ablegen. Opfer wird abgesetzt. Und jetzt zwei drücken. Auf das Opfer draufstehen? Genau, jetzt kommt er und macht es. Okay. Äh, jetzt war ich aber trotzdem ein Schlauch. Oh. Oh, obsi, ich habe die Hälfte meines Lebens verloren. Das ist mir vor, auch was jetzt. Das ist ja ganz schön schnell, finde ich. Jetzt kann ich mir das Strahlrohr von dem Kerl und dann gehe ich rein. D. Aber irgendwie sammelt der das Opfer nicht auf. Einmal benutzen? Wo ist denn der? Äh, er hat es schon wieder aufgegeben anscheinend. Warte. Glaubst du, das ist die Strahlrohr, haben wir Wasserversorgung schon? Oder haben wir das gar nicht gemacht? Ne, haben wir gar nicht gemacht. Haben wir keine Wasserversorgung. Ach so. Ach nee. Guck das mal. Ah, jetzt hat er das. Vordisher. Kreissäge. Brecheisen. Wir müssen uns langsam beeilen. Ah, Versorgungsschlauch. Okay, Versorgungsschlauch ausrüsten. Ich glaube, wenn ich hier die Tür öffne. Oh, ich habe kein Wasser, ich habe kein Wasser. Wow! Ja, ich habe schon. Bin tot. Wie? Bin tot, es gab ein Flash-Ober, ich bin tot. Hier steht wiederbeleben in 10, 9. Also, ich bin gleich wieder da, aber... Es gab ein Flash-Ober, ich habe die Tür aufgemacht und hatte kein Wasser auf dem Schlag. Wo bist du rein? Oben auf dem Dach. Ah, ich bin wieder da. Mein Kollege war übrigens auch tot. Haben wir jetzt schon Wasser auf dem Schlauch? Ja. Wüsste. Okay, der 2er bricht die Tür auf und der 1er holt sich auch den Schlauch zum Löschen. Das Problem ist, dass... Was? Dass ich keinen Schlauch mehr habe, weil der eine liegt drin und da kann ich jetzt nicht rein. Dann hol der 9. Es ist immer noch ein bewusstloses Opfer im Wohnzimmer. Achso, dann darf ich ja theoretisch gar nicht löschen. Natürlich. Egal. In echt aber nicht. Ja, das stimmt. Kreissäge, Feuerlöscher, Axt. Was ist denn mit dem Auto hier alles? Ah. Ruckschlauch. Du kannst aber auch einfach das nehmen, von dem der auf dem Dach... Also, auf dem Dach ist ja ein Kollege von uns, der löscht hat. Den kannst du es auch nehmen. Ich bin hier gerade... Boah. Wo sind denn die Strahlrohre in dem Auto? Äh, wahrscheinlich auch da, oder? Strahlrohre, hier. Ich glaube, da gibt es nicht so viele bei dem... Jetzt habe ich auch Wasser. Der hat das richtig beschissen da. Ich gehe jetzt von unten rein. Der ist kacke gemacht, dir. Ich kann mich nicht weiter drehen. Ich kann nur höher fahren. Ah, hier ist nochmal ein Opfer. Oh, zwei Opfer, zwei Opfer. Und ich habe einen 1 und 1, 2. Ah, gut, jetzt hat er aber aufgehört zu löschen halt. Ja, das macht nichts. Sie sollen jetzt erstmal die Opfer rausholen. Ach nee, nicht das Werkzeug ablegen. Du musst das Dach hier löschen, gell? Okay. Und ich gehe jetzt über die... Ich gehe jetzt über die Treppe nach oben und fange von unten an zu löschen. Feuerwehr, rufen Sie etwas. Hä? Also, die Leiter ist richtig bescheuert. Okay, wenn ich nur zwei von hier oben auch sagen, was er machen soll? Ja. Aber ich glaube, das Haus können wir nicht mehr retten. Da haben wir ein bisschen schlecht agiert diesmal. Schlechte Taktik. Bist du drin beim löschen? Ich bin drin, ja. Dann schau mal auf den Boden und drück erst rechtsklick. Halt der einzige drückt und drück dann die zwei. Was passiert dann? Mach. Was rechtsklick und dann die zwei. Ja. Das ist durchgestrichen, was da dann kommt. Achso. Da wäre eigentlich jetzt der andere Kollege gekommen. Wir müssen noch einen Strom abschalten. Ach scheiße, ja. Zu mal. Da läuft das Dach. Ich bin gerade so gut hier am löschen. Okay, ich gehe schon. Ah, hier, passt schon, passt schon. Ich habe schon, ich habe schon angefunden. Feuernlöschen ist noch die Aufnahme. Ja, alle Feuerlöschen. Benz oben noch. Ja, also ich lösche hier geradezu die Treppenaufgang, die letzten Brandherde. Ah, Mann, da kann ich löschen, ey. Idiot. Also die Leiter, das Blöde ist halt echt, dass sie so kacke steht. Ich kann nicht weiter nach vorne. Okay. Und dann komme ich gar nicht richtig hin, da überall. Aber vielleicht komme ich auf die Rückseite vom Dach. Vielleicht kann ich noch mal da rausfahren. Es geht noch ein Stück. Also ich bin jetzt gerade innen schon wieder im Gang. Also es geht jetzt. Oh, die Vorratskammer brennen. Nein, unser ganzes Essen. Oh. Oh, ich stehe in Feuer. Vorsicht, die Feuerwehr, wenn wir das Mittagessen. Ich habe gerade gebrannt. So. Brennst du noch? Ja, ja. Ja, ja. Ich komme hier auch gerade leider nicht voran, weil es immer wieder aufflammt. Ja, jetzt kannst du es nochmal machen mit dem... Ah ja, der Z2er löscht jetzt. Also den 2er kannst du es nochmal rechts klicken und dann 2. Ging vielleicht bloß nicht, weil es... Ja, jetzt kommt er. Die Rückseite vom Haus kann ich nicht wirklich löschen. Ich würde den Kollegen mal hinschicken. Da kann ich noch weiter hoch. Weiter hinaus. Weiter runter. So. Ne. Vielleicht hört es aber hier drinnen auch nie richtig aufzubrennen, wenn wir außen nicht das Dachkeller schütteln. Oh nein, das Kinderzimmer brennt. Ja, ich sehe, wo du da gegenspulst, weil du von außen die Wanden hast. Echt? Oh. Oh scheiße, jetzt hat sie gleich wieder richtig angefangen. Irgendwann ist sich... Irgendwann ist mein Schlauch weg. Stehen. So, dann holst du jetzt einen neuen Schlauch. Gut. Ich mach das hier. Fängst du von außen, machst du immer noch das Dach? Ja, ich mach das jetzt... Ich muss das Ganze bloß von der Leiter nicht mehr machen, wenn die Leiter nur auf der einen Seite vom Dach kommt. Okay. Oh Gott, hier brennt die ganze Zeit die Decke weiter. Ja, wahrscheinlich ist es das, wo ich bin halt. Was von außen gemacht werden muss. Ja. Oh mein Gott. Das ist einfach. Nee. Können wir jetzt hier? Nein, jetzt bleib doch mal aus, du bist Feuer. Ah, jetzt komm ich langsam voran. Jetzt bin ich grad da, wo ich vorhin gestorben bin. Hätte die Leiter viel besser verziehen können. Ich glaub das Dach ist fast a- ah, jetzt ist es hier an. Das hört auch irgendwie nicht aufzubrennen. Ich hoffe, dass man hier keinen Sprühstrahl machen kann. Das fehlt aber wirklich ein bisschen. Ich glaub das Dach ist aus. Nee. Kannst du das Dach eigentlich von eben auch machen? Ja, kann ich, ich muss aber erstmal das Zimmer hier anfangen zu löschen, sonst komm ich da gar nicht rein, dass ich nach oben löschen kann. Jetzt mal hier. Mein Gott. Ist mein Kollege, ist der Kollege noch bei uns da drinnen, da eine? Ich glaub schon, ich glaub, ich müsste mich grad umdrehen, aber ich bin grad zu beschäftigt. Ach, Mann! Wofür hab ich denn die Kleidung an, wenn die mir nicht schützt? Das ist doch, das Dach ist anscheinend aus. Nee, irgendwie nicht. Also irgendwie... Mein Gott. Das ist keine Aufgabe an mir, oder? Ja, ich bin hinter dir. Okay, also ich bin jetzt hier einfach durchgelaufen, weil es mich jetzt genervt hat. Das hat zwar einmal kurz wehgetan, aber... Irgendwann kommen wir ja hier, wir müssen uns nicht mehr weiter. Irgendwas ist jetzt hier. Jetzt ist es hier nur noch der... Jetzt haben wir's bald. Ja. Irgendwann müssen wir noch zu mir in den Raum. Von links anfangen, ich fang von rechts an. Fenster einschlagen lassen. Noch mehr, noch mehr Sauerstoff fürs Feuer. Wer hat, haben wir's doch gleich, oder? Müsste, ich hab jetzt grad noch viele Leute geholt. Der Zweier, der ist draußen ins Dach. Der Einser holt sich einen Schlauch. Aber ich brenne. Ich dachte's mir grad. Du auch, oder nicht? Nee. Also es zeigt's mir zumindest nicht an. So. Ich lege dann nah an dem Bett. Schaut das doch ganz gut aus. Denen ist es heiß im Bett. Da geht's heiß her. Ja. Oh, die Decke brennt immer noch, glaub ich. Oh ja. Über uns. Ich lege schon mal die Decke. Ja. Jetzt sind wir doch schon beim Bett. Ich bin hinter uns anzubrennen. Echt? Ja, ich mach's grad weg. Ja, da drüben links, da brennt's auch noch. Ja, wieder. Ich weiß allerdings nicht, ob das in dem Zimmer hier ist, oder ob das draußen vielleicht auch schon wieder ist. Oh, der Kleiderschrank hat's überlebt. Schau. Ja, Alter, ist noch schön. Okay, der Kollege ist... Sind jetzt beide hier? Weiß ich nicht. Nee. Ach, das sind Spiegel und da drüben auch. Deswegen. Das ist gar kein Feuer, das ist der Spiegel. Ach so. So. Und jetzt? Was brennt denn hier noch? Das Dach, glaub ich, oder? Ah, hier der Nebenraum. So. Kinderzimmer brennt. Wirke Kommoda hat's als einziges überlebt. Ach ja, mein Gott, das dauert aber auch lang, also... Ja. Berufsfeuer, oder solltet ihr das eigentlich besser können? Ich seh nix irgendwie, weil du mir folgt mir... Ja, das ist bei mir genauso. Sollten wir uns vielleicht nicht überkreuzen. Nee. Die Schwerter werden nicht gekreutzt. Deh, 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 deh. Immer schön, von oben nach unten. Von unten nach oben? Echt? Ja. Stimmt, du musst ja den... Du musst ja dem Feuer, dass ich die Nahrung wegnehmen, praktisch. Äh, da fällt das Bild von der Wand. Schöne Picasso. Hast du das Bild runtergefallen? Ja. Ich glaub, wir sind bei Phasmophobia. Ich war's auch verdammt. Äh, aber hier hat's... Also, Gefiertemperaturen haben wir nicht. Ja, endlich! 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 Hat ja lang genug gedauert, hey! Oh! Hast du das? Was? Jetzt kann er aus dem Haus rausgespritzt. Ja, das war ich. Lang... Ja, ja, er hat der Rung schafft, freigeschallt. Missionszeit langsam. Äh, ja, 15 Minuten Missionszeit. Das ist ja perfekt für die dritte Folge. Das stimmt, aber ich hab wenigstens auch keinen Abzug bekommen, weil ich gestorben bin. Ja. Ähm, danke fürs Zuschauen mal wieder. Ähm, lasst uns ein Abo oder ein Like da, wenn's euch gefallen hat. Äh, und beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit einem ebenso spannenden Einsatz. Ja, dankeschön. Macht's gut, ciao! Ciao!